Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger! Der vorliegende Gesetzentwurf soll die auf Bundesebene beschlossenen Entlastungen für die Kommunen regeln. Diese Entlastungen liegen die Mehraufwendung für die ukrainischen Flüchtlinge zugrunde. Konkret geht es hier um die Kosten für Unterkunft und Heizung, die die Kommunen schwer finanziell belasten. Dies vorab. Wir werden dem Gesetzentwurf zustimmen. Zum einen, weil es in Bayern endlich einen rechtlichen Rahmen hierfür braucht, der Gesetzentwurf diesen Rahmen liefert und die Kommunen das Geld dringend benötigen. Unverständlich ist aus unserer Sicht jedoch, warum die Staatsregierung sich derart viel Zeit gelassen hat, hier für eine Regelung zu sorgen. Dies hätte längst geschehen können und müssen. Allerdings muss auch erwähnt werden, dass die ukrainischen Flüchtlinge nur ein Teil der Gesamtzahl aller Flüchtlinge bzw. Asylbewerber ausmachen. Und jene aus anderen Ländern wie Afghanistan, Somalia, Irak, Syrien, Georgien und vielen anderen Ländern eben auch noch da sind. Und diese Zuwanderung, die wir hier haben über das Asylrecht, die stellt die Kommunen ebenfalls vor erhebliche finanzielle Herausforderungen. Es ist schon klar, technisch geht es hier ja um Kosten nach SGB II, also Kosten für Unterkunft und Heizung. Das ist uns durchaus bewusst, dass ja die Ukrainer hier nach dem Rechtskreiswechsel eben Leistungen nach dem SGB II beziehen. Und deshalb in einigen Punkten eben einem, in Anführungszeichen, normalen Asylbewerber besser und einem deutschen Staatsangehörigen gleichgestellt sind. Aber letztlich bleibt doch festzustellen, dass letztlich alle Sozialleistungen, egal ob nach Asylbewerberleistungsgesetz oder SGB II, aus dem selben großen Topf kommen, dem Topf der arbeitstätigen Steuerzahler. Nun haben sich die Kommunen die Situation nicht ausgesucht, sondern müssen sich um die ihnen zugewiesenen ukrainischen Flüchtlinge kümmern. Und das ist auch richtig, das möchte ich auch deutlich hier zum Ausdruck bringen und bekräftigen. Es gibt keinen Zweifel daran, dass es sich bei dem Krieg in der Ukraine um einen brutalen Krieg handelt, der eben vor allem stark zu Lasten der Zivilbevölkerung geht und es vor allem Frauen und Kinder sind, die Schutz bei uns in Bayern und Deutschland suchen. Eben anders als bei der Mehrzahl der aus anderen Gründen nach Deutschland kommenden, fälschlicherweise oft als Flüchtlinge bezeichneten Migranten. Und dass dieser Schutz der Ukrainer kostet und die Kommunen hier für Unterkunft und Heizung mit aufkommen müssen, das steht auch gar nicht zur Debatte. Deshalb, wie schon eingangs erwähnt, Zustimmung zu diesem Aspekt des Gesetzentwurfs. Dennoch muss an dieser Stelle auch deutliche Kritik geäußert werden. Wir haben entsprechend auch einen Antrag angebracht, der ja mit wenig überzeugenden Argumenten auch abgelehnt wurde im Verfassungsausschuss. Es ist eben ein Fehler, dass dieser Rechtskreiswechsel vollzogen werde. Wir sprechen uns dafür aus und haben die Staatsregierung auch aufgefordert, sich wieder dafür einzusetzen, dass auch ukrainische Flüchtlinge, die Schutz bedürfen, keine Frage, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen. Das würde die Ausgaben insgesamt senken. Es ist leider wieder so, dass die Politik hier zugunsten der eigenen Bürger zurückgestellt wird. Und das ist aus unserer Sicht komplett falsch. Ja, in dem Sinne, Zustimmung hatte ich signalisiert. Die Kritik muss aber deutlich genannt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.